Willkommen zum ersten Video dieses Jahres 2024 und natürlich Leute euch alle erstmal ein frohes Neues und auf jeden Fall geht es heute wieder heiß her, auf jeden Fall gibt es 4 Packlines, 200, 400, 600 ja, 4 Packlines auf jeden Fall im Shopline oder auf jeden Fall dann gibt es noch 2 von diesem Spiel, ich habe vergessen wie das Spiel heißt, immer wieder aufs Neue Meisterfahrt Leute, im Meisterfahrt, auf jeden Fall die neuen Spieler sind draußen Leute und ich habe gerade gesehen, es gibt einfach 90er Xavi Simons Geile Karte, Heidewitzka Leute, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sexy, es gibt noch hier Julian Branden Leute, auf jeden Fall sehr geil und Steven Gerard und Gerd Müller Leute, 95er Gerd Müller, Heidewitzka, auf jeden Fall und Soboslein, 93er Soboslein, gibt es auch auf jeden Fall sehr, sehr geil Äh, yeah, yeah, Adjemi gibt es auch noch hier, also richtig, richtig geil, äh Was, was ich noch sagen wollte, wer ist das hier, wer ist das denn hier, Eduard Löwen, ist der MLS, lol Ähm, was ich sagen wollte Leute, ähm, es gibt auf jeden Fall etwas Neues, nämlich das Packline hier Und, ähm, ich bin mal vorhin in mich gegangen Leute, und ich muss sagen, ich muss eigentlich das hier holen Leute, das 85er bis 95er Packline Was auf jeden Fall Trade ist Leute, es gibt auf jeden Fall auch ein Packline hier mit 86er bis 95er, aber es ist halt Untrade, ne Ähm, und auf jeden Fall das hier, die 3 Dudex und 1,8 Millionen Coins, das werde ich auf jeden Fall nicht holen Aber Leute, ich habe mich entschieden Leute, ich werde auf jeden Fall am Ende des Videos das öffnen So, so ist der Plan, hahaha, da war's der Plan, da war's der Plan Auf jeden Fall, mein Team hat sich glaube ich geändert, oder, im Gegensatz zum letzten Video Ich tue auf jeden Fall jetzt gleich noch mein Team mit Zeichen, Friendhaus Ähm, genau, aber erstmal hier abrufen hier, wie viel sind das hier, 10 Tagespunkte Gut, mein Team sieht wie folgt aus, ähm, Willian, auf jeden Fall, LF, Stürmer, Müller, äl, Gerd Müller Gulezewski, Fabian Ruiz, Riquel, Barella, Robertson Leute, genau, Robertson ist 9, ne Auf jeden Fall habe ich AK verkauft, und auf jeden Fall Robertson geholt, 94, genau Stauderpack auf jeden Fall, 94, Van Dijk habe ich glaube ich hoch trainiert Frempong 93, oder auf jeden Fall, 94, Ter Stegen So sieht auf jeden Fall jetzt mein Team aus, mein 95er Team, genau, haha, so läuft der Hase Und ich würde eigentlich sagen Leute, wir fangen direkt an mit dem Meisterpfad, hahaha Würde ich sagen, Batsunge, heilwitzka Ähm, mal gucken, aaaah, Willkommen als erstes, hahaha Leute, auf jeden Fall, ich habe das auch, ähm, oftmals in den letzten Tagen, äh, privat gemacht Und ich habe kein einziges Mal 85 bis 95er gezogen, Leute Also hier auf das Feld gekommen Und Leute, Joao Cancelo, Etherson wäre auf jeden Fall auch mega geil Gerd Müller, ne, boah, deutsche Legende Ähm, Steven Gerrard, Benzema, Di Maria, es gibt schon wirklich heftige Spieler Sopper Sly kann man auch jetzt sehen, Leute 93er Sopper Sly, 93er Julian Brandt von Dortmund Auf jeden Fall richtig, richtig geil Und, ähm, Leute, ich würde sagen, ne, Stürmer, Deutschland, Gerd Müller, haha, oder Portugal, RV, Barcelona, oder Brasilien, Torhüter, Man City, wir machen es auf, wir machen es auf Hiiii Oakland uarja, warum, yes, hui outstanding, gold, cham, hui ho Wo ist es? тебя wie nerve, alles? Was ist das denn? Machen weiter Okay 10.000 Coins Leute, ich hoffe Bei dem Pack, was wir auf jeden Fall am Ende des Videos öffnen Titte hier Wenn ich dann für Machtzeuge drin habe Dann ist es vorbei Dann ist es vorbei Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Packlines Nämlich aus dem Shop Aus dem Shopline Nämlich würde ich sagen Machen wir Was machen wir, Leute Was machen wir Oh, dann noch ein Gratis-Pack hier öffnen Vielleicht nicht mal irgendwas Ich habe auf jeden Fall letztens im Gratis-Pack ein Walkout gehabt, ne, Leute Aber ich glaube, ich bin von 80er Auf jeden Fall, ich bin gar Live-Events Okay, hier gibt es nichts Wintermull-Cards empfohlen Würde ich sagen, ja, machen wir das hier Machen wir Titte hier Machen wir Titte Auf jeden Fall Du, Deck Gerd Müller Ederson Und auch hier, Leute Und ich habe auch Packs gesehen Glaube ich, wo Messi es gibt, oder? Äh Ist das das oder war das das andere? Ne, es war das andere Dit war das andere Okay, aber egal Wir öffnen das jetzt hier Wir öffnen das jetzt hier So Vier Packlines Gerd Müller Ederson Schau, kannst du hier los? Ja, so geil, ne? So muss der mir auch mega geil Den würde ich, äh, verkaufen Und ich hätte eigentlich Bock auf ein 98er-Sophos-Line, ne? Auf dem Markt Boah, hätte ich echt mega Bock drauf, ne? Leute, Batzunge Wird ruhig drauf Ne, 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 ne Steinebecher. Und der Steinebecher, der bringt jetzt hier Glück, Leute. Das Glück ist hier drin. Und das werde ich jetzt in das Spiel hineinkatapultieren. Batzunge! Jetzt! Bitte! Ein Walkie! Auf jeden Fall haben wir einen garantierten Walkie im letzten Packline. Das 85er bis zum 90er Packline. Mal schauen, was sich auf jeden Fall befindet. Aber erstmal das hier. Mit meinem Knöchel. Batzunge! Ich hab drauf gedrückt. Vollstand. Stürmer. Natürlich ist es nichts. Natürlich ist es nichts. Ich habe auf jeden Fall zwischen Weihnachten und Neujahr auf jeden Fall auch viel Packlines geöffnet, ohne Videos zu machen. Und da hab ich wirklich übelst Lack gehabt. Bei dem einen Pack. Ich hab vergessen, wer das war. Ich glaube 92er oder irgendwas. So. Zwei Stück noch von dem. Und ich würde sagen, Leute, jetzt ist ja mein Kopf heruntergefallen oder was anderes heruntergefallen. Ich habe hier Spekulatius. Das ist kein... Na gut, nur Butter Spekulatius ist das. Die stehen schon seit, keine Ahnung, seit zwei Wochen hier rum. Butter Spekulatius. Und das bringt uns Lack, Leute. Ja, Butter Spekulatius. Ja, ist lecker. Ist auf jeden Fall lecker. So. Let's go. Wookiee! Italien? Stürmer? Wer ist das denn? 92er Viali! Boom, Leute! 92er Viali! Let's go! Let's go, Junge! 92er Viali! Boom! Ha, ha, ha! Jawoll, Ski! Wie viel ist der Wert? 16 Millionen Coins! Geil, Alter! Geil, 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 geil! Packlack ist am Stadion, in Mali! Boom! Ha, ha! Ich würde sagen, Leute, Butter Spekulatius werden wir im letzten Packdown nochmal, äh, rannehmen. Ha, ha, ha! Boom, Leute! 92er Viali! Italiener! Und im Diensten von... Wo war der Herr Oda gespielt? Keine Ahnung. Ist ja egal. Boom! Heilewitzka! Jawoll, Ski! Ha, ha! Und Let's Packdown auf jeden Fall im Shopline! Was kriegen wir? Nochmal hier, das war zu erwarten, Leute. Das ist niemals, kriegt man hier zweimal hintereinander im Shop, äh, in Walkie. Gut, das Video geht jetzt schon hier acht Minuten und Leute, ich würde sagen, wir springen zu dem 85er bis 95er Packline. Ähm, Dette hier. Dette hier! Und hier ist die Chance auf Ricard, Blanc, Gerd Müller, Harry Kane kann man ja auch ziehen, ne? Hätte ich auch mega Bock drauf auf Harry Kane, ne? Rotri, Mbappé, Messi kann man ja auch ziehen, ne? Boah, Alter, ist der da schön, wenn wir ziehen, Messi, Junge. Egal, welche, welche Karte man von Ronaldo oder Messi zieht, weil die will jeder haben, dementsprechend sind auf jeden Fall die immer viel wert, ne? Egal, wenn man Messi oder Ronaldo zieht, ist ihnen immer was wert. Egal, Mischi Karte, 4 Real. So, wenige Dinge gibt es hier noch? Ähm, Ederson, Chao Cancelo, Nesta, Dolgich, Florian Wirtz, oah, es gibt schon wirklich mal keine, alles ziehen, ne? Delicht, kann man auch ziehen, Delicht? So was gleich auch. Leute, wir trinken drauf. Am liebsten wäre mir eigentlich Messi, ne? Argentinien, RF, Inter Miami, aber, wenn ich hier sind, für machtsäger, ziehe. Leute, Butter Spegulation. Butter Spegulation und ich hätte auch mega Bock auf Gerd Müller, ne? For real. Gerd Müller wäre auch geil. Let's go. Ja, drauf gedrückt. Wenn es so Gold ist, ne? Dann ist es eigentlich am besten, Leute, weil da ist garantiert eine Icon drin, also so eine, ihr wisst schon, ein Gerd Müller oder ein Dolgisch oder wisst ihr, was ich meine. Das wäre auch mega geil. Gut, let's go. Argentinien, RF, Inter Miami, England, Sturm, Hurricane, Portugal, LF, 89er, okay, ist in Ordnung, Leute, 89er, Petro, Conchivers, von Sporting, Lissabon, und auch 86er, IV, ist voll in Ordnung, Frenos. Gut, auf jeden Fall bedanken mich fürs Zuschauen, ähm, immer ganz kurz hier schauen, ja, okay, jo, jo, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen wieder, oder die Tage wieder, Möge die Macht, wird alles sein, Skywalker. Boca. But you're breaking down the walls again, just to set me free, why do I baby, why do I love the way you are, we always leave me, why do I be...